Jule, bist du glücklich, wenn er ihn in deine Hand nimmt? Klar. Und was willst du dann noch von David? Ist doch was ganz anderes. Auf, Blätter! Fertig! Los! Ich finde andere Mädchen manchmal so schön. Ich finde es auch schön, wenn ich den Körper von einem anderen Mädchen spüre. Aber du bist 14, Nora. Da hat man so viele unterschiedliche Gefühle. Wir sind... Mama, auf! Gib mal deine Hose. Ich wach die aus. Wer ist denn das? Das ist die Neue aus der Nachbarsklasse. Die heißt Romy oder so. Wer? Wer left the troubles and prison behind. She didn't want to feel the fight. Als ich vorhin geschwommen bin, da habe ich was im Wasser gesehen. Es sah wunderschön aus. Ganz so voll gepumpt mit Licht und Wasser. Und als ich es dann hochgeholt habe, da war es so eine einfache Plastiktüte. Stell dir mal vor, so ist es mit einem schönen. Es ist da. Und dann ist es einfach wieder weg. Glaub ich nicht. Ich bin noch eineляue. Ich bin noch einig. Wir sehen uns. Wir sehen uns. ... ... ...